Und ich muss tatsächlich gestehen, ich habe mich geirrt. Ich habe noch vor drei, vier Wochen habe ich noch gesagt, Ende März redet keiner, ist länger schon her. Also vor sieben, acht Wochen habe ich noch gesagt, Ende März redet keiner mehr von Corona, weil ich einfach an die Natur glaube. Hallo Freunde von Eingeschenkt TV. Wir waren hier am 7.03. und sind jetzt wieder hier am 28.04. und zwar bei Rolf Krohn. Grüß dich. Grüß dich. Rolf, das war eine wilde Zeit gewesen, habe ich gehört. Erzähl mir mal, was dir in der letzten Zeit passiert ist. Ja, passiert in dem Sinne jetzt nichts, aber ich habe halt doch einen Mords-Shitstorm geerntet, wie man so schön sagt. Also tausende von Mails bekommen. Man muss jetzt natürlich wissen, dass eine, ja meine, unser Interview war ja eigentlich das erste, was man ausgestrahlt hatte, was sich halbwegs kritisch geäußert hat am 7.03. Da gab es noch nicht einmal das Interview vom Wodag, glaube ich. Und dementsprechend ist natürlich auch ein Feedback zurückgekommen. Also ich habe tausende von Zusprüchen bekommen, wirklich tausende. Ich komme bis heute nicht mehr durch von E-Mails, dass sie alle genauso denken und genauso das sehen. Aber ich habe auch natürlich viel Shitstorm geerntet. Und der Shitstorm hält bis jetzt an und wird momentan sogar noch immer schlimmer, weil man eben jetzt herausfindet, dass ich jetzt der russischen Mafia wohl angehöre. Ich bin auf Bild online, bin ich jetzt sogar auf Seite 1 gekommen, wo die kranke Welt der Impfkritiker dargestellt wird. Das in Münchener Samstagsblatt habe ich jetzt eine ganze Seite bekommen, das geht über dieses Korrektiv-TV. Das ist diese Seite, die meint, jetzt müsse alles zum guten Bild wenden und korrigieren. Das heißt im Grunde alle kritischen Meinungen wegzensieren und diffamieren. Und die wirklichen Spezialisten auf diesem Gebet, die werden gar nicht angehört. Wir haben tatsächlich momentan in Deutschland die Situation oder weltweit eigentlich die Situation, dass es hier in Deutschland nur einen Sprecher gibt, einen Virologen, unseren Staatsvirologen Professor Drosten. Ein ganz netter Mensch, nicht? Aber der muss doch schon in der Schweinegrippe aufgefallen sein, oder? Der ist damals schon aufgefallen, ja. Aber es ist ja die Natur der Virologen. Virologen sind ja sowas wie Science-Fiction-Menschen. Die haben halt eine Vision von einem Killer-Virus, das die Menschheit ausrottet. Das war genau das gleiche Szenario wie mit der Schweinegrippe, mit der Vogelgrippe, mit SARS, mit MERS und jetzt haben wir Covid-19. Oder SARS-CoV-2, wie man das so schön nennt. Also immer diese Science-Fiction. Da ist ein Killer-Virus, das die Welt ausrottet. Was die Virologen allerdings überhaupt nicht überreißen, ist, dass es Naturgesetze gibt. Naturgesetze wie, dass dieser Stift herunterfällt, wenn ich ihn loslasse. Und Natur bedeutet, wir haben immer im Winter, also in den Wintermonaten, ein Anstieg von grippalen Erkrankungen und auch Todesfälle von immungeschwächten Menschen. Das ist völlig normal und das steigt ab Dezember und fällt ab März bis Anfang April, ist es vorbei. Das habe ich am 7.3. behauptet. Ich behaupte es immer noch, was man mir heute falsch auslegt, wo ich mich tatsächlich geirrt habe. Ich habe in einem Interview gesagt, Ende März spricht keiner mehr von Covid-19. Ich hätte vielleicht das Jahrhundert dazu sagen müssen, weil mit dem, was dieser Medienkrieg jetzt letztlich daraus gemacht hat, werden wir tatsächlich noch in 100 Jahren von Covid-19 sprechen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir so eine dramatische Pandemie hätten. Auch da, das ist Virologen, Virologen sehen das Glas halb leer und wenn wir die Epidemiologen bzw. die Realität anschauen, was haben wir wirklich da draußen, dann ist das Glas gar nicht halb leer, sondern halb voll. Also wie gefährlich letztlich ein Virus ist, wenn es denn das Virus ist, muss man ja immer hinterfragen. Wie viele erkranken, wie viele erkranken ernsthaft, wie viele Menschen sterben und wie lang ist die Zeitspanne, wo diese Erkrankungswelle da ist. Erst dann können wir ein Urteil darüber bilden, wie gefährlich eine Epidemie war. Aber das ist halt immer ein Rückblick. Im Grunde können wir nur eine Aussage über diese Epidemie treffen, wenn wir in einem Jahr, in zwei Jahren, nachdem wir diese ganzen Sachen aufgedeckt haben, was falsch gelaufen ist, rückblickend betrachten. Darf ich dich mal fragen, du hast gesagt, wie ein Shitstorm los ist, hat sich das auch negativ auf dein Privatleben, auf deine Firma, also auf deine Arztpraxis ausgewirkt oder war das eher positiv? Ich habe halt viele Kollegen, die ihre Praxis zusperren mussten, weil die Arzthelferinnen nicht arbeiten können, weil die Kinder nicht in den Kindergarten dürfen. Die mussten tatsächlich ihre Praxen schließen, weil die das allein nicht bewältigt kriegen. Aber ich kann mich vor Arbeit nicht mehr retten. Also ich bin bis ins Ende des Jahres ausgebucht, was Termine angeht, Impfberatungstermine, Anfragen von Behandlungsmöglichkeiten und so weiter. Also das hat schon massiv zugenommen. Ich bin recht populär geworden, was gar nicht meine Absicht war, weil ich bin ja durch die Impfkritik eigentlich schon ein Weltverschwörungstheoretiker. Die WHO hat uns ja auch dementsprechend eingestuft als die größten Gesundheitsgefahren. Und da bin ich ja schon immer ein Lauter gewesen. Ich habe mich gestern zum Beispiel mit einer Krankenschwester unterhalten und ich kann jetzt nur für meine Region da drehen und die sagt, die hatte noch nie so eine angenehme Arbeitsatmosphäre wie jetzt. Alles ist ruhig, kaum Patienten da und vielleicht trauen sich auch weniger Patienten ins Krankenhaus. Ja, tatsächlich ist die Situation so, dass wir aufgrund der zu erwartenden Welle, die nicht gekommen ist, 150.000 Krankenhausbetten leer stehen haben. Ganze Krankenhäuser melden Kurzarbeit an, haben Entlassungen von Pflegepersonalien. Da ist nichts los. Das ist gespenstisch. Und viele Operationen, lebensnotwendige Operationen wurden einfach verschoben auf irgendwann, wir wissen es nicht. Und diese Menschen kann sein, dass die jetzt daheim versterben, weil sie nicht operiert werden konnten, weil die Krankenhäuser sie nicht aufnehmen. Und dadurch haben wir einen Missstand, was wirklich los ist. Wir haben nur leerstehende Krankenhäuser, leerstehende Praxen, also Grippewelleaktivität jetzt sowieso keine mehr. Wir sind Ende April, da haben wir im Grunde nur Allergiepatienten, aber keine Grippeerkrankungen mehr. Wir haben letztes Mal über die Masken gesprochen. Da haben wir uns noch ein bisschen scherzhaft darüber geäußert. Jetzt ist das ja allgegenwärtig. Also man kann nicht mehr oder man sollte, glaube ich, eine Maske aufsetzen, wenn man in den Laden geht. Ja, heute ist es ja, ab gestern ist es Gesetz. Bei euch in Bayern. Bei euch in Bayern. Ja, genau. Und das muss man sich mal vorstellen. Was für ein Affentheater das letztlich ist. Es ist so ein Gesetz jetzt, wo eigentlich alle Zahlen dafür sprechen, dass die Grippesaison wirklich vorbei ist. Selbst durch diese ständigen Testverfahren, die man macht, da kann ich gleich nochmal was dazu sagen. Man kann es nicht mehr leugnen, die Covid-Welle ist vorbei. Das kann weder das Robert-Koch-Institut noch das WHO nicht. Weltweit ist das Ding im Abflauen. So sehr, dass Professor Drosten ja jetzt schon wieder prophezeit, die zweite Welle kommt im Juli, August. Lieber Herr Drosten, auch da werden Sie sich leider irren. Weil es gab nie in der Geschichte, dass wir eine Grippe im Sommer hatten. Mal eine Sommergrippe, aber nie mit diesem epidemiologischen Charakter, dass sich einer am nächsten angesteckt hat. Hatten wir nie, wird es nie geben, ist wieder der Natur. Grippe-Wellen kommen dann, wenn wir UV-Lichtmangel haben, wenn wir Vitaminmangel haben, wenn wir wenig an die frische Luft kommen. Dann kursieren die Grippe-Erkrankungen. Grippe-Erkrankungen heißt Fieber, Husten, Schnupfen. Ich möchte das gar nicht kleinreden. Auch da wieder, das Glas ist halb voll oder halb leer. Wie gefährlich ist Covid wirklich? Entschuldige, aber wenn ich nochmal zu den Masken zurückkomme. Gibt es denn Untersuchungen, wie sich die Masken, also wenn man die im täglichen Leben trägt, also die Verkäuferin, die jetzt jeden Tag, den ganzen Tag mit der Maske rumläuft, wie sich das gesundheitlich auswirkt? Ja, da habe ich jetzt gerade auch erst auf meiner Facebook-Kron-AGI-Seite, habe ich auch da ein Poster dazu geschrieben. Es ist schon 2005 eigentlich durch eine Doktorarbeit belegt worden, dass das lange Tragen von Masken, gerade bei Menschen, die jetzt zum Beispiel Lungenerkrankungen haben, erhebliche Einschränkungen des Bewusstseins machen können, weil durch dieses ständige Rückschnaufen vom Kohlendioxid, das führt zur Hyperkapnie. Und das kann eben wie einen Rauschzustand machen. Du bist benebelt, du wirst müde, du kannst Kopfschmerzen kriegen, du kannst in der Motorik, in der Reflexion und so weiter, in der Reaktionszeit einfach deutlich reduzierter sein. Und ich selbst, ich kann mich noch an meine OP-Zeiten erinnern, wo ich auch mal im OP eben assistiert habe, dass ich relativ leicht im OP immer Kopfschmerzen bekommen habe und auch sehr müde und angespannt war. Ein Arzt ist natürlich adaptiert irgendwie, weil wenn die jetzt einen Operateur jeden Tag stundenlang Masken tragen, das ist aber kein Aushängeschild für die gesamte Bevölkerung. Und es gibt ja auch irgendwie keine Normen für die Masken. Gibt es auch nicht, genau. Die einen tragen Plauner Spitze, also relativ feingliedrig und atmen trotzdem, die anderen rennen dort mit ein bisschen Zif 3 oder ich kenne mich damit nicht so richtig aus. Es ist auch im Grunde unnötig, wie sicher eine Maske ist, kann man im Grunde selber testen. Du brauchst ja nur mal eine Haarspray-Tube oder ein Sprüh-irgendwas durch die Maske durchpusten lassen und auf der anderen Seite mit Licht, dann siehst du, wie viel Aerosol durch diese Masken hindurch geht. Und da fallen im Grunde fast alle Masken aus. Da hätte jetzt der Gesetzgeber, wenn er schon eine Maskenpflicht ausruft, tatsächlich auch festlegen sollen, welche Maske getragen werden soll. Und bitte auch da, lieber Gesetzgeber, macht euch einfach mal einen Kopf. Wie soll das eine Mami mit drei Kindern, drei kleinen Kindern, die alleinerziehend ist oder wo der Mann in der Arbeit ist oder sonst irgendwas, wie soll die zum Einkaufen gehen? Die kann doch nicht ihre Kinder draußen im Einkaufswagen sitzen lassen, weil einen zweijährigen Bub eine Maske aufsetzen, das ist ein Ding der Uferlosigkeit. Das funktioniert nicht. Also unser Sohnemann hat ja heute noch mit sechs Jahren Probleme, sich eine Mütze aufsetzen zu lassen. Ist schwierig und meines Erachtens nach bringt es nichts. Und selbst Professor Drosten hat mal öffentlich gesagt, eine Maske tragen bringt eigentlich nichts. Dazu ist das Zahlenmaterial viel zu dünn, zu sagen, das bringt irgendetwas. Was es bringt, ist, wenn du hustest natürlich oder schnupfst, dass halt der Großteil der groben Tropfen nicht durch die Gegend fetzt. Ja, deswegen soll man ja auch so schnaufen und niesen, dem anderen nicht direkt ins Gesicht husten. Aber auch da müssen wir immer hinterfragen, weil es ist ja nicht der Keim des Entscheidendes, sondern immer das Immunsystem des Gegenübers. Und da eine Frage. Ich bin halt relativ viel im Wald und höre mir eigentlich kaum noch Radio und Fernsehen an. Aber ja, heute bei der Herfahrt habe ich wieder diese Reproduktionszahl gehört. Und das war mir unverständlich. Also Reproduktionszahl bedeutet im Grunde, dass die Vervielfältigung, also wie häufig steckt jemand einen anderen an in einer gewissen Zeitspanne auf eine gewisse Bevölkerungspopulation. Also wir brauchen da jetzt gar nicht das näher analysieren, sondern wir nehmen einfach mal die Zahl. Es wurde ausgerufen, ganz am Anfang, dass der Lockdown dann gelockert würde, aufgehoben würde, wenn die Reproduktionszahl unter 1 ist. Jetzt im Nachgang werden wir feststellen, dass eigentlich, wo wir das Lockdown in Deutschland ausgerufen haben, die Reproduktionszahl schon unter 1 war. Wir sind momentan auf 0,7 sogar und darunter Tendenz fallend und trotzdem wird das Lockdown nicht aufgehoben. Und sogar noch Masken Plus noch drauf? Jetzt kommt noch die Maske Plus oben drauf, was völlig widersinnig ist, weil ja jetzt kaum noch jemand da draußen hustet und schnupft, außer die Allergiker. Wie will man dem Ganzen jetzt noch beikommen? Auch da, ich habe es vorhin ja schon mal angeschnitten, eine Epidemie macht man gefährlich, indem wir möglichst viele Erkrankungszahlen haben und dementsprechend auch möglichst viele Sterbezahlen haben. So kann man darstellen, dass eine Erkrankung schwerwiegend ist. Wie kann man das machen, dass wir einen permanenten Anstieg von Erkrankungszahlen haben? Indem wir am Anfang erstmal nur die Mordserkrankten messen in den Krankenhäusern und da natürlich auch eine relativ hohe Sterbezahl dazu haben. Wenn die Sterbezahl nachlässt, dann musst du halt einfach auch da die Zahl ein bisschen senken, damit das Verhältnis immer auch passt. Es sterben pro so und so viel Infizierte so und so viele Menschen. Jetzt musst du möglichst viele Erkrankungszahlen haben, um diese Kurve nach wie vor exponentiell darstellen zu können. Haben wir jetzt angefangen, Jens Spahn hat gefordert, Millionen von Testungen zu machen, Rachenabstrichen. Bewirkt, je mehr du testest, umso mehr falsch positive oder falsch negative Ergebnisse wirst du erzielen. Das heißt also, wir haben plötzlich viele neue Erkrankungsfälle, nicht Erkrankungsfälle, sondern positiv Getestete, von denen aber ja überhaupt nicht gesagt ist, sind die krank, werden die krank oder waren die krank. Und so ein Schlagwort, was auch ganz viel durch die Szene geht, ist Obduktion. Also ich kenne das mehr so aus Kriminalfällen, dass da eine Eintrittswunde und dann hinten guckt man, wo das Projekt hier raus ist. Bringt so eine Obduktion bei einem Virus was? Es würde was bringen, wenn man das noch jetzt weiter spinnt eben. Wir haben ja eine Menge Todesfälle. Es ist ja schon auch in der Presse, dass Menschen nicht nur an Covid, sondern auch mit Covid versterben. Und das ist ja etwas, was schon, wenn das schon durch die Presse geht, schon etwas sehr Dubioses ist. Wie kann man analysieren, warum in Italien, in Spanien und in manchen anderen Ländern die Todesfallrate so wahnsinnig hoch ist? Das muss doch von Interesse sein. Muss für jeden von Interesse sein. Weil wenn ich so viele Todesfälle habe in Bezug auf eine Epidemie, dann muss ich doch untersuchen, woran sind die eigentlich wirklich gestorben? Das hat man weder in Italien gemacht, noch in Deutschland. Das RKI hat gesagt, wir machen das nicht. Was machen wir stattdessen? Wenn du jetzt aus dem Fenster fällst und stirbst, du brichst dir das Genick, dann machen die bei dir einen Abstrich und werten dich als Covid-Fall ein. Nicht als Genickbruch, sondern als Covid-Fall. Wir wollten ja heute eigentlich auch noch ein Interview drehen von einem Patienten, eigentlich Patienten von einem Mann, der mich angerufen hat, dessen Mutter ist mit 89 Jahren gestorben. Die ist einfach eingeschlafen. Die hatte weder Fieber noch Husten noch sonst irgendwas. Die war einfach ihres Lebens müde. Der liebe Gott hat mich vergessen. Die ist einfach eingeschlafen und die hat man jetzt missbraucht. Man nimmt diesen Fall dieser toten Frau, die in Altersschwäche gestorben ist, her, um wieder eine Todesfallzahl dazu zu zählen. Und das ist eigentlich eine Verarsche, Entschuldigung, wenn ich das so vulgär daher sage, eine Verarsche an der Bevölkerung, weil wir uns hier jetzt Todesfälle stricken. Genauso wie wir uns Fallzahlen stricken. Fallzahlen stricken wir uns, indem wir einfach behaupten, positiv Getestete seien Erkranke. Das ist einfach nicht wahr. Das ist Epidemiologie, das ist praktische Medizin. Das verstehen die Virologen anscheinend nicht. Erkrankt sein bedeutet wirklich, ich bin positiv getestet und kriege auch die Symptome. Und das haben aber 95% der Menschen nicht. Wenn du 95% der Menschen, die einen Husten, einen Schnupfen haben, testen würdest, dann würdest du ganz viele positiv Erkrankte diagnostizieren können. Mal ganz dumm gesagt, ich würde doch erst zum Arzt gehen, wenn ich Symptome habe. Und wenn die denn nicht da sind, also keine Symptome, keine Krankheit, ist das ja sehr übertrieben. Wirst du auch keinen Test machen und du weißt gar nicht, habe ich jetzt das gehabt oder nicht. Ich habe irgendwas gehabt, es ist aber schon lange wieder vorbei. Blicken wir mal über den Teich, also nach Amerika. Wie wird denn das dort gehandelt? Also Trump arbeitet an einem Heilmittel oder die Trump-Regierung? Das weiß ich jetzt nicht, ob die an einem Heilmittel arbeiten. Trump ist ja auch kein Mediziner und Trump hat auch nur einen Beraterstab im Hintergrund. Aber er ist mir sehr sympathisch, weil er die WHO-Gelder gestoppt hat. WHO-Gelder deshalb gestoppt hat, weil die WHO gekauft letztlich ist. Sie wird finanziert durch eines der größten Geldgeber überhaupt, Bill Gates. 70 Prozent der Gelder von der WHO werden durch die Bill-Gates-Stiftung in die WHO fließen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, das Brot, ich esse das Lied, ich singe. Das, was Bill Gates eigentlich diktiert, das hat er ja auch in der Tagesschau in fast zehn Minuten Länge, das muss man sich mal vorstellen, dass man in einer Tagesschau als ein Multimilliardär in einer Tagesschau seine Werbung für seine Industrie machen darf, nämlich Impfprogramme. Wir werden sieben Milliarden Menschen impfen. Wir werden sieben Milliarden Menschen impfen. Wer ist wir? Die ganze Welt. Wir bedeutet aber er. Er mit der WHO. Und allen Handlangern, die der WHO zustimmen. Was die WHO diktiert, ist jetzt auf der Welt gerade im Gange. Und alle machen mit, außer Schweden. Und das ist ganz spannend, wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Zahlen von Schweden, auch da die Reproduktionszahlen, die Todesfallen von Schweden, die Erkrankungszahlen von Schweden. Wir sehen kein Abweichen von allen anderen Ländern auf dieser Welt in Bezug auf die Erkrankungszahlen und diese Welle, die schon wieder im Abflauen ist. Die sitzen dort ganz gemütlich in ihrem Frühlingscafé, schlecken ihr Eis, essen ihren Cappuccino, hocken dicht auf dicht in den U-Bahnen in Stockholm, nicht die Straßencafés, völlig überfüllt. Wunderbar, die leben ihr Leben. Und wir sind unseres Lebens beraubt. Du hast mir das vorhin erzählt, was passiert hier, wenn man Eis isst? Ja, es ist toll, weil es gibt ja die gesetzliche Verordnung. Du darfst dir zwar ein Eis holen, du darfst es aber nicht vor der Eisdiele essen. Du musst dich von der Eisdiele 50 Meter entfernen. Du darfst dich nicht da auf dem Boden oder 20, 30 Meter von der Eisdiele wegstellen, sondern du musst 50 Meter weggehen von der Eisdiele, weil sonst kann dich das gut und gern 400 Euro Strafe kosten. Das hat man ja auch eben gefragt an den Polizisten, Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt das Eis, wir haben ja warm draußen, 20 Grad stellenweise, und ich habe jetzt das Eis, ich muss ja noch bezahlen, das heißt, es steht schon da in 20 Grad und jetzt fängt es schon an, der erste Tropfen runterzulaufen. Ist es jetzt schon Eis essen, wenn ich nur den Tropfen abschlecke? Nee, das darf man dann schon machen, aber so von oben herunterbeißen, das darf man nicht. Also in was für einer Welt leben wir? Bis ich dann diese 50 Meter überbrückt habe, dann erst darf ich mein Eis essen. Was hat das bitte noch mit Infektionskrankheiten, mit Übertragbarkeit von Krankheiten zu tun? Das ist sowas von Machtspielerei, kann man gar nicht anders sagen. Die Regierung testet, wie weit geht diese Bevölkerung noch mit. Und ich kann sagen, wir sehen ja jetzt auch die Entwicklung in Berlin, der Protest wird immer lauter. Es gibt inzwischen sogar eine Partei, für die ich hier auch gerne Werbung mache, die heißt Widerstand2020.de. Da lohnt es sich auf jeden Fall, Mitglied zu werden, weil das eigentlich die einzige Partei ist, ich glaube, die AfD hat auch noch einen, der da etwas lauter ist, aber ich möchte mich gar nicht politisch hier positionieren. Aber ich möchte diese Widerstand2020 unterstützen, weil die tatsächlich für Freiheit und vor allen Dingen für Meinungsfreiheit stehen. Weil wir können nicht nur einem Virologen und einem Tierarzt, der RKI-Professor geworden ist und einem ganzen anderen Beraterstab, die von der WHO bezahlt werden und so weiter, quasi das Leben aller acht Milliarden Menschen in die Hände legen. Dazu braucht es einen viel größeren Beraterstab, vor allen Dingen eben Epidemiologen, die sich mit sowas auskennen und nicht Science-Fiction-Leute. Na ja gut, man kann ja immer schön kritisieren. Jetzt gehen wir mal, gesetzt den Fall, du wärst Chef vom RKI. Was würdest du machen? Ich würde einen riesen Beraterstab zusammenstellen und gemeinsam demokratisch beraten, wie man in so einem Fall, es ist ja immer die Schwierigkeit, wir haben ja immer gut reden im Nachgang. Aber ich habe es ja schon am 7.3. gesagt, wie es die Natur einfach ist. Eine Grippewelle kommt und geht. Das ist völlig natürlich und normal. Wenn ich das jetzt die letzten 150, 200, 300, 50.000 Jahre zurückblickend betrachte, ist es immer so gewesen. Warum sollte es jetzt plötzlich ein Virus schaffen, die ganze Natur, dieses ganze evolutionäre, der ganze evolutionäre Drehbuch vom lieben Gott, plötzlich aushebeln, nur weil es jetzt ein mutiertes Virus geben soll? Ist ja schon komisch. Wenn ich Berater wäre, des RKI, ein Sprecher des RKI wäre, als das Robert-Koch-Institut ist, dann würde ich mich, wenn ich Tierarzt wäre, würde ich tatsächlich sagen, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe keine Ahnung, wir müssen die Leute fragen, die Ahnung haben. Und wir müssen aus der Geschichte lernen. Aus der Geschichte bedeutet, wir schauen uns die Epidemien an, die wir hatten, Vogelgrippe, Schweinegrippe, SARS, MERS, BSE, spanische Grippe und so weiter. Wir schauen in die Vergangenheit, weil wir können aus der Vergangenheit viel lernen, sehr viel lernen. Und dann würden wir zum Beispiel sehen, Ups, bei der Schweinegrippe hat der Science-Fiction-Virologe Drosten tatsächlich versagt. Er hat ein Virus vorhergesehen, eine Epidemie vorhergesehen, die Millionen von Todesopfern hätte fordern sollen. Und am Ende war es eine völlig harmlose Grippeerkrankung. Auch das Thema Impfen dazu. Wir haben ja einen Schweinegrippenimpfstoff ja auch, genau wie jetzt ja auch auf der Diskussion steht, einen Schweinegrippenimpfstoff in ruckzuck Windeseile auf den Markt gebracht, ohne ihn wirklich testen zu können. Wir haben massiv erhebliche Gesundheitsbeschwerden im Nachgang durch die Impfung beobachten müssen. Und es gab gar keine richtig rasante Schweinegrippe. Aber dieses Mal rufen die Wissenschaftler nach einem anderen Impfstoff, also einen RNA-Impfstoff. Ja, weil das Coronavirus ein RNA-Virus ist. Das sind nicht alle Viren RNA-Viren? Nein, es gibt auch DNA-Viren. Aber die RNA-Viren, da haben wir Schwierigkeiten. Wir haben schon Tierversuche gehabt mit diesen Impfstoffen, mit massiven Nebenwirkungen. Es gab sogar schon mal eine Hunde-Corona-Impfung, sogar schon, ich glaube, 2002 oder so was. Also das ist nichts Neues. Da forschen die schon seit vielen, vielen Jahren dran, ohne wirklich einen großen Erfolg zu haben. Und jetzt plötzlich fließen Milliarden von Geldern in die Forschung, in Windeseile diesen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Das ist jetzt ein Wettkampf der Pharmafirmen. Und welche gewinnt? Das ist jetzt ganz spannend. Die, die Bill Gates finanziert. Und schon seit langer Zeit. Plötzlich hat die BioNTech einen Impfstoff parat. Wird er getestet an Tierversuchen? Nein. Jetzt werden Freiwillige gesucht. Freiwillige testen jetzt diesen Impfstoff. Und dann haben wir natürlich auch in der Hand darzustellen, auch beim Ebola-Impfstoff, hatten wir das ja in der Schweiz damals genauso, es wurden 700 Menschen freiwillig untersucht, wo ganz viele schwer krank geworden sind. Und dann hat man die einfach aus dem Studiendesign wieder rausfallen lassen. Am Ende sind viel weniger in die Auswertung gegangen und man konnte darstellen, wie sicher der Impfstoff eigentlich ist. Diese Sicherheit haben wir jetzt nicht. Wir müssen einen Impfstoff quasi auf den Markt bringen und in Form eines Menschenversuches, eines großen Feldversuches, werden wir jetzt hier rasant viele Menschen mit einem RNA-Impfstoff belasten, wo viele Autoimmunerkrankungen schon vorprogrammiert sind und viele schwere Erkrankungen vorprogrammiert sind. Wer haftet dafür? Wer zahlt es? Der Staat. Wir Steuerzahler. Und wir müssten jetzt eigentlich auch eine große Umfrage, nicht eine von RKI oder von WHO gesteuerte Umfrage machen, sondern eine wirkliche Umfrage machen, wo jeder Bürger demokratisch abstimmen kann, wer will eigentlich einen Impfstoff. Das darf nicht von ein, zwei Leuten diktiert werden, weil bei der Schweinegrippe haben wir auch 40 Millionen Impfstoffe bestellt, die wir Steuerzahler bezahlt haben, aber es haben sich nur 5 bis 7 Prozent der Deutschen impfen lassen. Den wollte keiner. Wir glauben euch nicht mehr. Liebes RKI, lieber Herr Drosten, wir glauben euch nicht mehr. Wir wollen wirklich Beweise. Holt bitte andere fachspezifische Leute ins Boot. Es gibt über 120 Professoren und Ärzte, Epidemiologen, auch Virologen, viele Kapazitäten auf diesem Gebiet, die völlig runterdenunziert werden. Denn die andere Meinung gilt nicht. Das ist Faschismus. Pur. Keine Meinung darf gehört werden, außer die des einen, des großen Führers der Virologie. Dein erstes Video hat für viel Diskussion gesorgt. Und es kann doch nicht sein, dass du der Einzige bist von den Ärzten, der hier diesen Standpunkt, also viele andere Ärzte müssten sich doch auch, wenn sie die Statistiken lesen, das verstehen, dass da eine kleine Diskrepanz zwischen Papier und Wirklichkeit da ist. Ja, das muss man natürlich wollen. Man muss so ins Rampenlicht sich trauen. Ja, also eben, weil viele Ärzte wollen diesen Shitstorm nicht. Ich werde mit der russischen Mafia in Verbindung gebracht. Ich werde mit AfD in Verbindung gebracht. In der Bild heißt es eben die kranke Welt der Impfgegner. Also es ist unglaublich, was man da alles von mir sagt. Nein, ich bin weder Scientologe noch AfDler, noch bin ich russischer Geheimdienstler. Ich bin einfach nur ein praktischer Arzt, der sich mit Infektionskrankheiten aufgrund der impfkritischen Haltung, die ich habe, einfach mit Infektionskrankheiten sehr ausführlich beschäftigt. Und ich bin ein guter Beobachter. Ich sehe, was in die Natur uns seit Hunderten von Jahren liefert. Und das trauen sich halt viele nicht. Sie trauen sich nicht ins Rampenlicht. Sie trauen sich nicht, diesen Shitstorm aushalten zu müssen, auf der Bild online, auf Seite 1 sogar zu landen. Und das, wo einen Tag später der Bild-Redakteur-Chef selbst anfängt, kritisch zu werden. Die Mainstream-Medien schwimmen jetzt schon. Die fangen jetzt auch schon an, mal die liebe Frau Merkel anzubaggern. Die fangen jetzt auch schon an, kritische Fragen zu stellen. Weil das Kartenhaus fällt und das wird fallen. Und die Medien werden jetzt darauf aufspringen, dass es fällt, weil es ist in der Natur der Dinge so. Der russische Geheimdien bezahlt auch nicht so gut, wie ich gehört habe. Könnte man vielleicht darauf, dass du ein Ketzer bist? Also jemand, der sich gegen die allgemeine Meinung, gegen allgemeine Dogmen wehrt? Ja, das wäre vielleicht auch noch eine tolle Bezeichnung. Die könnte man jetzt in den nächsten Münchner Samstagblatt war ich ja jetzt auch nicht. Korrektiv-TV wird ja auch jetzt dieses Video wieder auseinanderreißen. Das ist so eine Denunziantenseite, die alles an anderer Meinung, an Querdenker-Meinung runterputzt. Und die sagen zum Beispiel, Krohn hat behauptet, Covid ist nur ein Erkältungsvirus. Und du hast dich auch im Psyram-Eintrag, oder? Ich habe schon lange im Psyram-Eintrag, schon länger. Aber eben diese Behauptung stimmt und sie stimmt nicht. Ich habe behauptet, Corona ist ein normaler Erkältungsvirus. Ja, es stimmt. Für den Großteil aller Menschen ist es so. Für den noch größeren Teil der Menschen, die merken gar nicht mal, dass sie etwas hatten. Die kriegen also nicht mal eine Erkältung. Ein Großteil der Menschen kriegt eine Erkältung. Und wenige, ganz, ganz wenige, bekommen tatsächlich schwere Erkrankungssymptome, ein bisschen zu Todesfällen. Aber um ein wirkliches Urteil darüber zu bilden, wie gefährlich das wirklich ist, muss man einfach alle ins Boot holen. Das geht jetzt ein bisschen ins Bereich Technische. Ich weiß, du bist Arzt. Diese Corona-App, was denkst du? Wird sich da irgendjemand das draufladen, selbst wenn der Zwang da ist, lässt man da nicht einfach das Handy zu Hause? Das kann ich nicht sagen, weil ich bin kein Freund von dieser totalen Überwachung. Aber es gibt Leute, die stehen drauf. Es gab jetzt ja auch ein Video von einem dänischen Mädchen, die da gleich ganz toll, ihr Mikrochip da drin. Ich habe ein bisschen Sorgen und ein bisschen Angst vor diesen Mikrochips. Ich kann es dir einfach vorstellen, auch jetzt in Bezug auf die Masern-Impfpflicht, da gibt es jetzt irgendwelche Nanopartikel da drin, die wie ein Chip wirken, ein Scanner wirken. Und du gehst irgendwann in ein Theater, in ein Kaufhaus und dann stehen da rechts und links diese Diebstahlsicherungen, die gleichzeitig noch gekoppelt sind. Bill Gates macht das ja möglich nicht. Wenn der Chip nicht reagiert, dann hast du keine Impfung. Und dann geht ein Alarm an. Sie haben keine Impfung, Sie dürfen hier nicht rein. So weit geht es. Und ich bin eben schon damals ein totaler Fan von dem Buch von Huxley, Schöne neue Welt gewesen. Und ich bin entsetzt zu sehen, wie viel davon inzwischen in die Wirklichkeit umgesetzt worden ist. Ich bin ja ein Kind von kritischen DDR-Eltern. Und ich weiß noch, wenn ich da saß, da haben sie das größte Schwein im Land, ist der Denunziant. Und jetzt ist dieses Denunziantentum wieder ganz stark geworden. Ja, es fordert ja sogar die Regierung auf, die Leute anzuzeigen, dass wenn ich jetzt hier drei Leute habe, das Kamerateam, und wir sind nicht mit Mundschutz und nicht anderthalb Meter auseinander, dann ist es schon eine Versammlung. Und dann könnte unser lieber Nachbar hier vorne, der ja gerne sowieso, der könnte jetzt die Polizei rufen und die würde hier reinstürmen und sagen, ihr habt die Hygienemaßnahmen nicht beachtet. Aber dieses Denunziantentum, diese Leute, die jetzt denunzieren, also und wenn das herauskommt, sowas merkt man sich, das kommt doch irgendwann zurück. Also wir im Osten haben das noch ein bisschen fester in Erinnerung. Gibt es das hier wirklich so viele Leute, die einfach jetzt anrufen, da treffen sich zwei Treffer? Ich kann das jetzt gar nicht so sagen, weil ich lebe hier auf dem Dorf, hier quatschen die Nachbarn, die haben hier Grillpartys, nicht mit ihrer Familie, sie stehen zu einem mal alle schön weit auseinander, aber es ist ja trotzdem eine Versammlung. Aber da müssen wir schauen, auch da, wie die Bevölkerung verarscht wird, kann man gar nicht anders sagen. Da ist jetzt heute, gerade heute oder gestern war es, ein Luftfrachter aus China in Leipzig gelandet, mit Millionen von Masken, die total verseucht waren. Das ist ja jetzt mal völlig unwichtig, ob die Masken oder Schweinehaxen geladen hatten. Das Wichtige ist, dass die Presse, die Journalisten, das Militär und Politiker und alle standen ohne, ein einziger, also kein einziger hatte irgendeine Maske auf, Schulter an Schulter standen die dort. Unser lieber Jens Spahn, der in diesem Krankenhaus da in der Charité mit sich 20, 30 anderen in diesen Aufzug hereinpresst, ohne seine Maske aufzuhaben, also da wird uns ja im Grunde schon vorgelebt von unseren Führungskräften wie unsere Politiker und so weiter, dass das eigentlich alles ein Schmarrn ist, eine Farce ist. Die kommen aus ihrem Parteitag raus und geben sich die Hand und quatschen und haben keine Maske auf, nicht? Also das ist wirklich eine Sache, die schwierig ist für uns Bürger zu sehen, wenn die das so machen, warum dürfen wir das nicht auch machen? Also ich glaube, dass mit dieser Einführung der Maskenpflicht jetzt die rote Linie völlig überzogen ist und die Bevölkerung geht jetzt noch mehr auf die Barrikaden. Und das kommt, die Revolution ist im Gange und die lässt sich nicht mehr aufhalten. Es geben immer mehr Aktionen, die jetzt in den Städten stattfinden, immer mehr Protestierung, Proteste, Kundgebungen. In Berlin sieht man es ja schon auch da, wie hilflos eigentlich die arme Polizei, also ich beneide die überhaupt nicht. Ich kenne einige Polizisten, ich habe viele Polizisten in Behandlung, wie verzweifelt die stellenweise sind, an solchen Aktionen teilnehmen zu müssen. Wirklich Leute, die näher beieinander sind, auseinander zu treiben und wenn die einen anfangen, du wirst ja auch durch deine Maske allein ja schon immer aggressiver, durch das Rückschnaufen deines Kohlendioxids, dann ist diese Anspannung da und du musst und 200 Meter weiter steht vielleicht deine eigene Frau mit deinem Kind und protestiert für die Freiheit und du musst dort auf den einen eindrischen. Ist ein Scheißjob, also den möchte ich nicht haben. Viele Leute, die sich jetzt diese Videos angucken in Berlin, die sagen, das ist doch unvernünftig von den Leuten, dass die dort so eng zusammenstehen, aber die Polizei steht doch auch so eng zusammen. Ist die Polizei, hat die irgendwie Superkräfte gegen das Virus? Nein, die haben keine Superkräfte, aber die wissen, dass es im Grunde ja alles überzogen ist. Sie müssen ihren Job machen. Natürlich, es gibt ängstliche Polizisten genauso, die drauf stehen, jetzt eine Mundmaske zu tragen, aber das geht ja, hat ja seinen Ursprung, dass die Leute glauben, man sei unverantwortlich, wenn man so dicht zusammensteht. Hat man sich jemals, wenn man dicht zusammensteht, nicht in einer Grippesaisonzeit, wie jetzt der Frühling, jetzt ist die Paarungszeit, das machen uns alle Tiere vor, jetzt knuddeln sollten, alle Menschen knuddeln, zusammensitzen, das dürfen wir nicht. Aber das ist doch genau das Gute für unser Immunsystem, dass wir uns streicheln, dass wir uns liebkosen, dass wir uns nah sein dürfen, dass wir jetzt endlich wieder uns spüren dürfen, die Panzer der Winterkleidung, die ist jetzt weg, jetzt ist eigentlich die Paarungszeit, das machen uns ja alle Tiere vor. Die hocken aufeinander, die balzen, die machen dies und das, nur wir Menschen dürfen das nicht. Wir werden in Angst und Schrecken versetzt für einen Virus, eine Epidemie, die eigentlich ein reiner Medien, ein Medienkrieg ist mit einer Testepidemie. Wir können diese Epidemie ein Leben lang aufrechterhalten. Heute heißt es Covid-19, morgen heißt es Covid-20. Wir finden immer ein neues Virus. Aber eben, wie gesagt, schauen wir doch bitte in die Natur. Die Natur macht es uns vor. Hunderte von Jahren, denn zurückblickend gibt es eine Erkrankungswelle. Und wer erkrankt schwer, die muss man schützen. Die, die Alten, die Immungeschwächten, die mit den Vorerkrankungen und die, die tatsächlich eine Grippewelle haben. Aber das macht ja eh jeder. Ich kenne niemanden, der eine Mordsgrippewelle hat, zu einem Nachbarn fährt oder zu seiner Schwester fährt, die jetzt ein neugeborenes Kind hat, die sagen, ich habe einen Hus, ich möchte jetzt nicht kommen, ich komme, wenn das vorbei ist. Da sind die Menschen so vernünftig. Das muss man nicht diktieren. Also das leuchtet niemanden ein und das wird auch niemanden glauben. Deswegen sind die Leute auf der Straße. Diese Hygieneverordnungen sind im Grunde ein Schmarrn. Und das zeigt uns Schweden. Schweden hat keinen Lockdown. Die knuddeln und paaren sich, die sitzen im Café, die essen ihr Eis, die leben ihr Leben, die sind glücklich. Ein Vorzeigeland. Und die haben genau die gleichen Kurven, auch ohne Lockdown. Darf ich dich noch was zu dieser Psychologie vielleicht von den Polizisten fragen? Wir sehen das ja in Berlin. Die Polizisten machen dort ihre Arbeit und ständig sind dort Kameras drauf gehalten. Stell dir mal vor, du würdest hier arbeiten und jeder Schritt, den du machst, würde mit der Kamera dokumentiert. Und wenn du nur einen Fehler machst, und das passiert jedem Menschen mal, dass du, wenn man das sieht, dass man einen Polizist kurz schubst, und das ist festgehalten für die Ewigkeit, was macht das dann? Also du guckst dann abends mit deiner Familie vielleicht im Fernsehen und du siehst das. Wie du selbst da auf jemanden eingedroschen hast. Und du wolltest, es ist vielleicht gar nicht so gewollt, aber es war in diesem Moment. Die werden sagen, hey, ich habe nur meinen Job gemacht. Nicht? Das ist klar. Aber auch die haben ein Gewissen. Ich sage ja, ich habe viele Patienten in Behandlung, die Polizisten sind, die leiden brutal darunter. Mir fällt immer diese Szene ein aus Avatar, wo die da auf diesen Baum einschießen. Wo die Jodie sagt, ich mache diesen Scheiß nicht mit und ihr Fluggefährt einfach abdreht. Können das unsere Polizisten? Das ist die gute Frage. Auf der anderen Seite müssen wir auch in 20, 30 Jahren fragen, wenn unsere Enkelkinder uns fragen, du sag mal Opa oder Papi, was hast du 2020 eigentlich gemacht? Du warst doch Polizist. Wie hast du diesen Wahnsinn eigentlich damals erlebt? Und das ist etwas, wo wir jetzt in unsere Geschichte zurückschauen müssen. Ich möchte nicht 45 mein Großvater gewesen sein, der auch da rumgeschrien hat, hallo, nicht? Ich hätte damals auch dagegen gesprochen und ich wäre damals höchstwahrscheinlich abtransportiert worden in ein Internierungslager, weil ich damals auch meine Schnauze nicht gehalten hätte. Ich bin für die Wahrheit und die Wahrheit ergibt sich aus dem, aus Beobachtung, empirischer Beobachtung und vor allen Dingen aus einem offenen Diskurs, ein Miteinander, ein Diskutieren und nicht ein Diktieren. Und das ist das, was gerade passiert. Wir hören die kritischen Stimmen, die müsste man, wenn wir wissenschaftlich wirklich an die Sache herangehen wollten, müssen wir einen Diskurs fahren. Wir müssen Pro und Contra aufwägen. Was ist an Wodaks Meinung so falsch? Warum werden seine Videos gelöscht? Warum wird er nicht in einem Beraterstab an einem Tisch in eine Talkrunde mit Drosten, Wodag und alle anderen Professoren, die sich jetzt da kritisch dagegen geäußert haben, warum werden die nicht alle an einen Tisch gebeten? Demokratisch, wissenschaftlich, das wird nicht gemacht. Dann müsste sich auch die öffentliche Medienlandschaft ändern, dass auch diese Stimmen zu Gehör kommen. Kommen sie, nur eben über alternative Sender, nicht? Der große Sender, der eben wieder von wem finanziert wird, die müssen ja Mainstream fahren. Aber auch die fangen jetzt schon an. Selbst die Bild-Zeitung hat jetzt einen kritischen Artikel veröffentlicht, eine Ansprache, kann man im YouTube anschauen, eine Ansprache, wo ich denke, wow, hätte ich fast geliked. Wobei mich Bild-Zeitung noch zwei Tage vorher dermaßen runtergeputzt hat, die kranke Welt der Impfgegner, die kranke Welt der Virologen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das sind Phantasten, das sind Science-Fiction-Fans. Ein Killer-Virus rottet die Menschheit aus. Rolf, vielleicht mal zum Abschluss. Ich habe mir mal so überlegt, wie wird, ich weiß, das jetzt in der Glaskugel lesen, aber was wird so in zwei Jahren sein, wenn wir auf diese, in Zukunft in zwei Jahren, auf diese Situation zurückblicken? Was werden wir sagen? Das wird nicht anders sein, als unser Rückblick heute auf die Schweinegrippe. Auch da gibt es mediale Unterschiede. Die einen berichten so, wir haben damals aus der Schweinegrippe die Erfahrung gemacht, dass wir so und so machen müssen. Auch jetzt, die Regierung wird sich jetzt schon auf die Schulter klopfen, weil wir haben ja, unsere Zahlen steigen schon, unsere Maßnahmen greifen. Jetzt kommt noch der Mundschutz dazu und dann werden wir noch deutlicher sehen, dass unsere Maßnahmen mit dem Mundschutz sinnvoll waren, weil die Zahlen sind noch weiter gefallen. Wir werden aber auch leider sehen müssen, in Schweden ist es auch ohne gegangen. In vielen anderen Ländern ging es auch ohne. Aber das muss man dann aushalten, dass man diesbezüglich dann auch kritisiert wird. Weil wenn es auch ohne geht, dann kann man nicht sagen, meine Maßnahme hat gegriffen, weil es wäre ja ohne auch gegangen. Wir werden also in zwei, drei, vier Jahren, es wird eine Riesenuntersuchung geben, jetzt dieses Skandals, dieses weltweiten Lockdowns, der sowohl gesundheitlichen als auch wirtschaftlichen Einschränkungen oder Verluste, die wir jetzt alle einmussten. Man muss sich allein vorstellen, wie viele Kinder auf dieser Welt jetzt mehr allein durch diese Wirtschaftskrise jetzt mehr verhungern pro Jahr. Also das wird Untersuchungen geben und die fangen jetzt schon an. Werden sich nicht einige Politiker auf die Schulter klopfen und werden sagen, wir haben alles richtig gemacht? Ja, aber die einigen Politikers werden auch viele abdanken müssen, weil sie einfach falsch gehandelt haben. Weil hier eben nicht ein wissenschaftlicher Diskurs gefahren worden ist, sondern weil man nur auf den einen gehört hat. Und der eine, der tut mir jetzt schon leid. Weil der kriegt ja jetzt schon, der arme Kerl, genau wie ich auch, Morddrohungen und ist ganz blass da in dem Video, was er da gibt, dass er Drohungen bekommt. Herr Drosten, es ist völlig normal, wenn man in der Öffentlichkeit steht und etwas behauptet, was viele, viele andere Menschen anders sehen. Aber das ist Demokratie. Wir dürfen doch diskutieren. Ich kann ja auch völlig falsch liegen und ich muss tatsächlich gestehen, ich habe mich geirrt. Ich habe noch, vor drei, vier Wochen habe ich noch gesagt, Ende März redet keiner, es ist länger schon her, also vor sieben, acht Wochen habe ich noch gesagt, Ende März redet keiner mehr von Corona. Weil ich einfach an die Natur glaube. Aber dadurch, dass wir das medial so hochbauschen, dass wir jeden Menschen testen und testen und testen, reden wir in hunderten von Jahren noch über Corona. Das ist ein Medienkrieg, den wir hier gerade gestartet haben und man sieht ja, wie das funktioniert. Die Menschheit wird völlig manipuliert, mit falschen Daten letztlich beeinflusst, manipuliert und es ist traurig. Selbst mein eigener Sohn glaubt, ich sei ein Verschwörungstheoretiker, es ist traurig zu sehen, aber auch der liest nur das, was die Medien sagen, die Mainstream-Medien und er schaut nicht über den Tellerrand. Rolf, ich danke dir für diese vielen Informationen. Jungs und Mädels und EingeschenkTV, ich hoffe, es gefällt euch und wir sagen Tschüss und Danke, danke auch. Vielen Dank.